Und der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, Ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach du dir, du sagst, doch sage ich euch, Von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschensohn. Sitzen so rechten der Grab und kommen in den Wolken des Himmels. Ja, zerristen hohe Priester seine Kleider und doch. Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was stünket euch? Sie antworteten von Sprachen. Wir sind in der Nacht der Schaden. Schade! Sie antworteten! Untertitelung des ZDF, 2020